Nun wird der Traum vom Fliegen endlich Realität. Dieser 3-Kanal-Mini-Hubschrauber GH305 Dual Mode schraubt sich mit seinem Doppelrotor senkrecht in die Luft. Bereits nach wenigen Übungsrunden haben selbst Modellflug-Einsteiger den Dreh bei diesem Indoor-Flugzeug-Hubschrauber raus. Über die Infrarot-Fernsteuerung lässt sich der GH305 Dual Mode gefühlvoll durch die Lüfte lenken. Ob Boden- oder Wohnzimmerkommode, dank des Fahrwerks mit drei Rädern gelingen Ihnen perfekte Starts und Landungen von jedem Heliport Ihrer Wahl. Seine beiden Rumpfturbinen verleihen dem Hubschrauber einen flotten Vorwärtsschub wie bei einem Flugzeug. Damit können Sie sogar auf dem Boden fahren. Der Lithium-Ionen-Akku des Helikopters wird direkt an der Fernsteuerung aufgeladen. Danach flitzt er wieder für 5 bis 6 Minuten durch die Luft. Ein absoluter Senkrechtstarter für viele spannende Flugstunden, der bei Groß und Klein gleichermaßen ankommt und sich übrigens prima verschenken lässt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017